Hallo, ist das Ding eingeschaltet? Oh ja, das Lämmchen leuchtet. Ich bin Sir Hammerlock, Zoologe auf Pandora. Auf diesem Mond gibt es einige faszinierende Kreaturen, aber eine Spezies hat es mir besonders angetan. Ich halte nichts von interplanetaren Reisen. Könntest du also für mich ein paar Exemplare fangen und runterschicken? Also, ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Ausfuhr von auf dem Mond heimischer Fauna strengstens verboten und noch wichtiger gesellschaftlich geächtet ist. Du müsstest die Kreaturen also vom Mond runter schmuggeln. Das ist doch hoffentlich kein Problem. Wir bewahren sie doch nur vor einem verzweifelten Überlebenskampf inmitten von Banditen und Dieben. Sehr gut. Die Kreaturen, um die es geht, heißen Mondthrasher. Eine bislang unbekannte Spezies vermehrt sich anscheinend wie die Karnickel. Könnte eine seltsame Evolution fleischfressender Pflanzen sein. Vorsicht! Keine Hand zu sehen! S Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, das sind sie. Ich brauche die Kleinen. Die Großen, da müssen die Eltern sein. Sehen nicht gerade freundlich aus, was? Na ja, wie sagt man, wo gehobelt wird, da spritzt Blut. Was? 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 Ich liebe das! Eure Leute, jetzt wird es wirklich bereit! Nein! Das ist keine Knabe! Ich bin eine Knabe! Ich bin eine Knabe! Ich bin ein Tor, du beschissener Kotzfoss! Was? Ich bin langsamer, wenn du sie einfrierst. Das sollte helfen! Was macht's dir? Es ist kein Kidnapping, wenn die Eltern tot sind. Dann nennt man es Adoption. Jetzt, wo du sie eingesammelt hast, musst du sie mir nur noch schicken. Mein alter Freund Seymour betreibt einen miesen kleinen Laden in einer Rakete. Nein! Bring die Thrasher zu ihm und erschmuggelt sie dann von Elpis runter auf Pandoras Oberfläche. Oh mira, verstehe du sie! Wenn ihrasia kommt... ...stanz Vit Tev убege. Ich fliege! Ich fliege wirklich! Du hast keinen gefüttert, oder? Lade sie in die Rakete! Die Sendungsverfolgungs-App auf diesem Echo zeigt an, dass die Rakete pünktlich ankommen sollte. Kammerjäger, sprich nochmal mit Simon. Er gibt dir deine Belohnung. Nicht aufhören, du Pisser! Schlechte Nachrichten, Kammerjäger. Ich wollte einen füttern, hatte ihn Terry getauft. Leider will er jetzt nur noch Pandora-Fleisch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das empfindliche Ökosystem Pandoras aus dem Gleichgewicht gebracht. Ach was, was sollen diese kleinen Racker schon ausrichten?